Hallo, Informationen über ein Femio Video ermitteln. Um Metadaten über ein bestimmtes Video vom Femio Videoportal zu beziehen, wird die Femio Data API angeboten, um dort wie zum Beispiel Titel, Dauer usw. von einem Video auszulesen. Die Funktionsweise ist die gleiche wie beim Auslesen von Informationen über ein YouTube-Video. Eine sehr sorgfältige und leicht verständliche Dokumentation mit Beispielen entdeckt man auf der Website developer.femio.com//apis//simple. Tippt man nun folgendes in den Browser ein, femio.com//api//v2//video, Dann die Video-ID. Die findet man beim Aufruf eines Videos gleich hinter femio.com. Das ist die Video-ID. Also Video-ID.format, hier im JSON-Format. Außerdem wird noch angeboten XML und PHP. So werden dann die Metadaten vom jeweiligen Video geliefert. Mittels Skript können nun gewünschte Daten mühelos ermittelt werden. So zum Beispiel per PHP-Skript. Das könnte zum Beispiel so aussehen. Die URL wird festgelegt, wie ich sie hier schon eingegeben habe. Dann wird der Inhalt der URL ausgelesen. Das JSON-Format wird dekodiert und dann werden die einzelnen Daten mit Echo ausgegeben. Nicht zu vergessen ist hier der Listenindex 0. Und die Ausgabe sieht dann so aus. Einmal Titel und Dauer. Und ein Python-Skript könnte so aussehen. Zum einen wird hier das Modul URL2 importiert und ebenso das Modul SimpleJSON. Dann wird die URL festgelegt. Die wird geöffnet. Dann wird der Inhalt ausgelesen. Und der Inhalt ist momentan dann noch im JSON-Format. Dann wird das dekodiert und in die Variable J geschrieben. Und dann werden per Vorschleife alle Schlüssel ausgelesen. Und die Schlüssel werden dann ausgegeben und die dazugehörigen Werte. Und die Ausgabe sieht dann so aus. Python-Leerzeichen und dann das Skript p.py. Das ist dann das Ergebnis. Ciao und viel Glück! Das ist dann das Ergebnis.